Ich bin Andrea Christiansen, ich bin Heilpraktikerin in Hennstedt-Ulsburg und das hier, das ist der 210er Rhythmus, ein Trommelrhythmus, der unsere beiden Hirnhälften synchronisiert und dadurch entspannen wir uns und können Stress abbauen. In meiner Praxis arbeite ich im Bereich der Psychosomatik, das heißt ich arbeite mit Menschen, die unter Stressfolgen leiden oder unter Folgen von Traumata, Unfalltraumata und unter emotionalen Belastungen und ich arbeite immer direkt am Gefühl. Viele, die schon Verhaltenstherapie gemacht haben, können ihre neu erlernten Verhalten nicht umsetzen, weil Gefühle im Weg sind und genau da setze ich an, ich arbeite direkt an der Herzebene, an dem, was uns bewegt. Ich habe ungewöhnliche Methoden in meinem Werkzeugkasten, ich arbeite immer auf der Herzebene, das heißt mir ist es wichtig, dass derjenige als Persönlichkeit von mir respektiert wird in all seinen Eigenheiten. Er bekommt von mir nicht nur eine Therapie in der Sitzung, sondern auch Selbsthilfemethoden, die er zu Hause weiter anwenden kann, was sein Selbstwertgefühl stärkt und ich bin immer lösungsorientiert und habe immer individuelle Lösungen parat.